Hallo, ich grüße alle Leser der Deutschen Mucke. Wie ihr seht, sind wir gerade schon wieder mal fleißig bei der Probe. Heute ist Weißes Gold offen Programm. Das ist schon ein hammerhartes Teil, wenn man es jetzt wieder mal spielt. Ihr seht ja hier, was da meine Aufzeichnung noch von 1978. Da muss man doch wieder mal sich reingucken und sich ein paar Lücken mal wieder auffrischen. Und wie weit seid ihr mit den Proben für den 8. April? Naja, das wird heute nicht die letzte gewesen sein. Wir werden sicherlich nächste Woche wieder, es sind ja noch ein paar andere Titel, müssen ein paar Übergänge probieren und proben und abwägen, wie wir dies und jenes machen. Übergangstechnisch, das ist alles so Arbeit, die man gar nicht so sieht, die neben dem Spiel noch entsteht. Man weiß natürlich nach so einem Tag, was man gemacht hat. Also ich werde wahrscheinlich heute nichts mehr was anderes tun wollen. Wir tun die Beine weh und ja, man hat geschwitzt. Aber es macht halt Spaß. Man weiß ja, warum und für was man es macht. Tschüssi, macht's gut.